Schaut, wie ich rennen und fliegen kann! Und hey, dabei fange ich natürlich jeden Frisbee, den ich sehe. Hallo zusammen. Ich bin die Nasha. Und ich bin ein Disc-Dog. Disc heisst so viel wie Scheiben oder eben Frisbee. Die Asmine und ich trainieren Frisbee-Fangen wie verrückt. Und darum bin ich der beste Disc-Dog, den es je gegeben hat. Beim Aufwärmen darf ich meistens einen Haufen Frisbee aufs Mahl fangen. Das finde ich einfach super. Schaut mal, ich fange natürlich jeden. Gell, Jasmin? Super! Jasmin und ich machen oft auch bei Turnieren mit. Dort gibt es verschiedene Regeln und Disziplinen. Und damit wir dort erfolgreich sein können, und das müssen wir uns blind verstehen. Platz. Warte. 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 Ja, okay, dann halt. Ich muss zugeben, warten ist nicht gerade meine Spezialität. Ich bin ja schliesslich ein Disc-Dog. Aber dann sitze ich halt schön brav still für den Moment. Das ist ein Allrounder. Die wollen immer arbeiten. Sie haben immer Freude, wenn sie mit einem Menschen etwas machen können. Das ist eigentlich gleich welche Sportart. Uns gefällt das jetzt einfach am besten. Sie hat Spass daran, ich habe Spass daran. Darum machen wir das. Jasmin, komm, wir zeigen den Kindern mal unseren Auftakt. Ich brauche Action und ich bin sowas von bereit. Los geht's! Gut, voll. Gefangen. Pascha, hoch. Super. Und gefangen. Zack. Kein Problem. Durch. Hang the Frisbee. Super. Stopp. Und auch dieser fange ich. Gut. Und dich fange ich sowieso. Yeah. Gefangen. Gut. Machen wir bitte das Acht ein. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Achtung. 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 Ciao. Nächste Woche gehen wir übrigens an die Europameisterschaft auf Deutschland. Wir haben uns erst gerade dafür qualifiziert. Bei so einem Wettkampf hat Jasmin immer 7-10 Frisbees dabei. Und dann müssen wir mit Musik eine Choreografie zusammen einstudieren. Dort sitzen dann immer vier Leute und entscheiden darüber, wer es am besten gemacht hat. Ich zeige euch doch einfach mal, was Jasmin und ich uns ausgedenkt haben. Wobei, kann mich bitte jemand zuerst mal streicheln? Ich muss ein bisschen Energie auftanken. Ja, genau so. Danke vielmals. Und einen Schluck Wasser nehme ich auch gerade noch. Hm. Los geht's. Nein. Jetzt gehen wir nicht schon wieder spielen. Wir machen noch Pausen, Frau. Oh Mann. Dann halt. Aber ich bin im Fall sowas von ready. So. Jetzt habe ich mich genug ausgeruht. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Hebt euch fest. Jawohl. So. Ich weiss ja nicht, wie ihr das seht. Aber wenn Jasmin und ich das so gut machen, haben wir eine gute Chance, zusammen Europameisterin zu werden. Findest du nicht auch? So. 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 Puh. Jetzt bin ich aber wirklich recht ausgepowert. Es ist eben schon anstrengend, wenn du jeden Frisbee fangen willst. Aber hey, ich habe es geschafft. Cool, oder? Wenn du es nämlich gut machst, dann gibt es meistens noch eine Belohnung. Ich habe es. Oh, so fein. Es gibt Gutes. Du findest noch deinen Jackpot und dann gehen wir noch zusammen laufen. Gibt es etwas Besseres als Frisbee fangen und ein gutes Essen? Ich glaube nicht. Jetzt gehe ich mit meiner besten Freundin noch spazieren. Das tut mir nach einem Training immer gut, wenn ich etwas runterfahren kann und mein Puls sich wieder beruhigt. Ich will schliesslich topfit sein, wenn es nächste Woche um die Wurst geht. Darauf kann man taumen. In der Zwischenzeit könnte ich ja den SRF Kids Kanal auf YouTube abonnieren. Dort gibt es viele Powerhunde wie mir mit noch ganz vielen anderen Superkräften. Checkt es unbedingt aus. Tschüss zusammen.